Hier sehen Sie das Winterspecial 2009-2010 auf TopinTravel. Alle Teilnehmer werden auf einer Übersichtsseite dargestellt. In einem Coverflow werden zudem alle Einträge mit einem Video oder einer Slideshow präsentiert. Diese attraktiven Teaser werden auf allen TopinPortalen dargestellt. Hier sehen Sie den Teaser auf SwissWebcams, auf webcams.travel. Und auf der TopinApp. All diese Teaser verlinken auch die Detailansicht der Teilnehmer, diese sehen Sie hier. Die Detailansicht beinhaltet eine Bildergalerie, eine Webcamgalerie mit den aktuellsten Wetterbildern, sowie verschiedene Links, die zum Anbieter führen. In diesem Fall Schildhorn. Schildhorn. Untertitelung des ZDF, 2020